Junge Ja, aber es guckt... Oh, fucky Hä? Fucky im Stream die IP reinkloppen Ist das gut, als First Blood meinen eigenen Freund erschossen zu haben? Ja sicher Das kann man nicht mal gönnen Ey, was bringt was? Wie war das mit dem, mit dem Benzin übergießen? Kopfschuss Benzin übergießen Was Lugina da hier neulich erzählt hat, mit dem Anzinsen Ja, das weiß ich auch nicht gerade Jemand, der dein Lieblingswert ist Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Leute... Schlitz! Er ist ein Männchen auf jeden Fall Ein Männchen? Ein Männchen Ich hab dich angeschlossen, komm zurück Ich fass da aus Oh scheiße, da kommt noch einer Ja, toll, sis Selbstmord Selbstmord? Du brauchst dich nicht gleich erschießen Was hab ich denn gemacht? Ey, das stimmt doch mal, was ihr meine Panische Angst vor uns habt Ne, jetzt mal ohne Mist, was hab ich denn gemacht? Brauche ich Hilfe, wer kann mir sagen, was ich gemacht habe? Ja, scheiße Damit ich nicht nochmal mache Oh, lol, Link Aha War so fixiert auf diese Scheiß Drohne Äh Das ist doch ein altes Tier, das hilft manchmal Nein! Ui Altes Tier Na, alles gut Ne, aber jetzt mal ernsthaft, was kann ich denn getrickt haben? Ich war am Rennen und war auf einmal hinüber Was meinst du denn, was ist denn passiert? Selbstmord Selbstmord Harakiribat 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 Kann das sein, dass du ins andere Team geworfen wurdest? Ne Oh Gott Oh, was war das dann? Doch im Prinzip Im Prinzip Neiiiiiim Im Prinzip Im Prinzip Was denn? Im Prinzip Im Prinzip Im Prinzip Im Prinzip Super Prinzessin! Da ist John the Server! Ah! Schnell! Schnell! Klingt bist du krank! Ich hab nur die Runde Loll zu Ende geschockt, deswegen. Dann wäre ich früher fertig gewesen. Ja? Ich komm nicht rein! Jaaaa! Oh, Future, Alter. Wir räumen auf den Lenk, Alter. Einfach mal PC Neustadt. Hab ich heute schon John Nina empfohlen, das ging. Ich hab geholfen. Ich bin der IT-Specialist. Oh, wir auch vertrauen. Oh, ich muss meinen Job. Ist du bereit? Feuer frei! Ja, mach mal deinen Job auf. Gibt's nicht hier, Freunde in der Nacht. Diese scheiß Schrotflinte. Nein! Fuck! So wie bei Lisa eben die Rezeption geschlossen war. Als der Lurker kam. Ja, eben im Stream. Da saß Lisa quasi eben... Was willst du eigentlich von mir? So ne Art Büro. Du fläht aber ziemlich lange. Ich bin da sehr sensibel. Ja, man merkt's, deswegen bist du mal in deinem Team. Lass mich doch, ich spiel gerne mit Frauen. Der schießt hier. Du kannst doch nicht den Rezeptionist umbringen. Du hast bei mir geguckt, du kleiner Pimmelarsch. Und Zwirn. Kleiner Pimmelarsch, du. Und Zwirn. Der hat bei mir geguckt, sonst wärst du... Ich stand dahinter und dann wärst du... Äh, West-Dock-Tack hab ich jetzt... Ich hab gesehen, das muss mein Laden aufmachen. Ja, nicht, ist ja Quatsch. Ach, hier jemand ein Gemesser? Ja, ich hab... Vorsicht! Stopp! Nein, 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 nein! Ich schieße! Das bleibt alles so, wie es ist. Seid ihr sicher, dass man so lange lädt? Oh nein! Ja, bleib einfach mal geduldig. Bleib nicht rein, ich würde eben sagen. Echt? Okay, gut. Genauso wie mit Dammt, Adi, das haben wir doch heute schon geübt. Okay. Wir haben ne andere Pumpe. Durch den Geduld geübt. Wo kann ich mich eintragen? Ich möchte den Mädels. Ja, du bist bei den Mädels. Ruhe, Ruhe, erzähl. Ja, du bist bei den Mädels. Äh, Ruhe. Ja, Mädels! Alter, was macht ihr hier? Okay. Bewegt eure Tätchen! Ähm, wo krieg ich ne Waffe her? Ja, dann hab ich keine Waffe her davon. Achso, die wird dir dann nur nicht angezeigt, aber die ist da. Wir sind nach zwei und dann nochmal ein, jetzt ist es wieder da. Was wird dir nicht angezeigt? Oh, ho, 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 ho. Ach, lol, Anni ist bei Level 2. Und wenn muss ich... Das hab ich auch mal angefangen. Ach, was... Cheaten, cheaten. Wie erkenne ich noch mal welche meine sind und welche nicht? Die hier sind grün und die anderen sind rot. Oder blöd. Rot. Rot. Ich hab Angst. Warte, hier sind... Ich hab jetzt nichts mehr zu tun. Hä? Das war der Flachsdenk. Oh, Mann, müh! Du solltest da in die Ecke kommen, ich wollte dich messern. Du hast den Plan nicht verstanden. Hat glaub ich nicht geklappt. Ich bin froh, dass es letztendlich funktioniert. Scheiße. Oh, 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 oh! In den Arsch geschossen! Oh, oh! Das ist dein Reich, meine Dinge. Und du hast auch heute den Kopf lang gezogen. Voll geil! Ja, tat halt weh, ey. Mann! Komm, ich will dich mal langführen. Guten Tag, dir wünschen. Danke. Nee, ist ja gar nicht tot! Ich glaub, ich bin scheiße, Alter. Weißt du, da hol ich dich noch wieder und du... Ja, ich weiß. Aber ich war so langsam. Ich war so auf Future fixiert, weil ich wollte ihn... Ja, klar. Jetzt bist du endlich weg, doch. Ganz heiß, dass ihr blinkt, denn jetzt geht ein Blink weg. Hey, wie hast du mich denn dadurch jetzt gesehen? Durch die scheiße Palme, Alter. Ja, blinkt, ja. Palme. Das ist keine Palme. Oh, ohne Witz. Jetzt weiß ich, worauf ich probiere, wenn ich spiele. Diese Aggression in meinem... Ey, was ist das denn? Ich werde jetzt zwischendurch einfach wieder zurückkaufen. Sie, aus dem hab ich dir erwischen. Niemand anderes. Lissi, hast du irgendwas gegen mich? Äh, das schlimme... Ja, nice. Ja, nice. Nee. Ich hab jetzt zwei von sieben Kills, das geht mal gar nicht. Nein, ich hab nichts gegen mich. Äh, wie kann ich denn jetzt wieder... Großbritannien machen? Noch nichts. Nicht zwangsames. Weiß ich nicht. Alte Eingabe. Was ist jetzt passiert? Ich hab... Ich auch. Och, Mann, alter Blink. Direkt nie der Camper da. Eja, was willst du denn? Außerdem hab ich schon zwei andere gekriegt. Warum hat Marc und Tyler den Server verlassen? Wir sind beide gerade rausgeflogen. Fug? Ja. Ja, vielleicht hattet ihr in DC oder so? Wollt ihr beide rausgeflogen sein? Blink ich voll die Treppe hoch und dann, weißt du... Mysterios. Ja, du kannst das nicht mehr. Oh mein Gott, ich hab einer getötet! Wuuuh! Wie bitte? Was kannst du? Ich merk schon. Nein, 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 nein! Andere Seite, andere Seite! Äh, erneut verbinden? Ja. Was soll denn der Kack? Wer weiß nicht. Der Arm in der Pferde fehlt halt. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aber Andi, du hast auch mal ein geileres Mikro, ne? Der hat ein neues. Endlich bin ich tot! Ich bin jetzt gleich verloren. Ich hab ein besseres, ja, ja. Ich will es reklamieren. Wie kann ich mich verbinden? Kann man sich verbinden? Kann ich irgendwas tun? Hm? Man das? Da bin ich wieder verbinden. Aaaaaah! Kann ich mich, kann ich mich nehmen oder geht das nicht? Kann ich mich nehmen oder geht das nicht? Jaaaaaaah! Yes! Ich war, ohne Witz, ne? Hier ging alles auf mich rein. Da ist alles auf mich runtergeprasselt. Dann war ich in der Deckung und dann bin ich gestorben. Also das, ne? Snolly, du kannst vielleicht deinen Namen nicht. Snolly. Also kann man sich nicht hier hin, Leute? Was kann man? Kann ich ganz kurz was sagen? Wenn du mich hörst, dann schreib mal sonst deinen Origin-Namen, wenn es in Ordnung für dich ist, in den Stream und dann add ich dich. Ja, du brauchst mich dafür, ich bin der lebenswichtigste Mensch für dich. Ja, ich bin bei den Gegner, ich will nicht bei den Namen. Du willst mich auch noch umbringen, oder? Ich hatte bei dir Treppen hochzulaufen. Jetzt bin ich mit Sis in einem Team. Jetzt komm ich nicht mehr hoch. Ja, du sollst keine Treppen hoch. Wolltest du in einem Team sein? Nein, nein, nein. Nein, aber warum wir nicht mehr zusammen sind? Komm, wir machen jetzt mal ein Mädchen-Squad. Ja. Link, du willst mich doch echt... Verlassen, erstellen. Charly. Oh Gott. Es kommt in Charly rein. Lünchen. Wie mach ich das denn? Ja, lol. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Bravo, das macht kaum Schaden. Du gehst jetzt auf... Entweder bist du gerade tot. Link. Bist du gerade tot? Ich bin gerade tot. Dann gehst du links unter der Map auf Teamsetters. Die sind alle zu. Ja. Dann gehst du auf Verlassen und dann gehst du auf Bravo. Ich spiele irgendwo anders, aber nicht da. Warte mal, Link. Warte mal. Dann gehst du zurück und kannst weiter. Nicht kaputt machen. Bitte, bitte, nein, 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 nein. Ich spiele auch ganz schwach. Habe ich hier schon irgendwas für? Auf ne Visierung? Na, wir sind safe. Ne. Das ist voll hässlich, aber egal. Ich spiele mich bei dir. Alter, was das ist denn? Warte ich satt denn für nen Schlachtschiff. Moment, also ein sauerer Pfeil, drüber ist das meiner, ne? Ja, okay. Schau mal, wie der Bereich ist hermetisch aufgeregelt. Nein! Wo kamst du? Wie kamst du? Ah, du hast mich kaputt geschossen. Nein! Sag doch, was du immer kommt. Ich hab alles kaputt gemacht auf meinem Weg. Ich hab die Waffe gewechselt. Sehr schön. Oh, ich glaub, wenn das ginge, ich würd nur mit Claymore spielen, hätt ne Pistole oder so. Nein, du bist doch nicht. Vorsichtig, Kammer. Wolle ich links, wo mir hochkommt. Aua! Da oben! Sind wir einfach um uns anzuschieben? Was ist los mit euch? Ja, dafür musst du zum Piet. So lustig. Wir haben Fang gespielt als Kinder und Piet war der... Vollgas! Der Punkt, wo man nicht gefangen werden durfte und die Gaffi die immer da, wo man gerade stand. Genau. Hola! Wie? Ne! Hola! H-O-L-A! Ja! Die Love Men & Squad. Was soll das denn heißen? Ja, du bist einfach der letzte von unserem Squad, die... Ja, Müh! Fick dich doch in deiner... Was? In dein Knie! Hey, jetzt mal amthaft da drüben in dem Team, wenn ihr überlegt, dass ihr Kerle seid und wir sind Mädels, führt ihr aber nicht sonderlich weit, ne? Das ist euch schon bewusst. Ach nein, ich werd schon wieder nach hinten geworfen. Was hat denn bitte das Geschlecht mit Spielarten zu tun? Ich glaub ich flieg gleich wieder raus. Ach ey, hier ist ein Scharfschütze, das ist schon gay. Ja, schreib mal keine Scharfschütze. Ich muss mit dem Scharfschütze hingehen und ihn umbringen. Ja, ich komm ja gar nicht los, der kennt mich ja schon vorher. Da schieß doch einer mit so großen... Kann ihm bitte jemand sagen, dass Scharfschütze scheiße ist? Ach man, Alter. Aber wir haben es nicht in den Regeln drin stehen. Ja, warum? Aber die Anweisung der Butztruppe äh... Ja, aber wir können uns jetzt nicht in der Runde entscheiden. Ach ja, Scharfschützen sind ein bisschen bloß. Warum? Weiß er das? Okay, no Scharfschützen. Das gibt's doch nicht. No Scharfschützen. No Scharfschützen. Ja, der soll nicht hier mit diesem Ding da schießen. Mit diesem M32F. Das ist ein Grenade Launcher. Ja, der geht's aber so. Ja, der eine rennt hier oben. Ja, der eine rennt hier oben. Fuck, fuck. Geh woanders hin. Boah, das ist voll Zeit, ich hab den nicht getroffen. Ja, ich muss erstmal da... Ich weiß, wie ewig ich das nicht gespielt hab. 3, 4 Monate oder so. Spaß, deinem Level nachzuurteilen hast du noch nie gespielt. Nach jedem Spiel sauber den Charakter gelöscht. Ja, wahrscheinlich. Keine Spuren hinterlassen. Wieder Scharfschütze. Anna! Jack Games Scharfschütze. Ja. Wo ist der Sniper Schimpagne, ist er denn? Alter! Möö, war der nicht schön? Du musst zugeben, der war richtig schön. Der war schön, bitte shotte. Ich hab's kommen sehen. Ich komm grad wieder, dann killt er mich fast am Spawn. Ja, dann mach ich das jetzt anders. Dann hol ich mal was Brachiales raus. Außer... Du Typ. Ja, ja, ja. Mein Penis? Was ist denn klar? Haha, was ist denn ich gesagt? Hahaha, was ist denn ich gesagt? Nein! Wisket hat es grade gespürt. Nein, nein! Wisket, aufstehen! Töten! Wah! Und ein Double Knife! Wisket, leben Sie! Oh! Nicht wahr, Wisket! Alter, das hättest du mal ne Sekunde eher sagen können, ja? Du hast das 3-2-1 heißt. Auf der... Oh, Schatz! Ich hab's reingeknippt. Was ist jetzt tot? Ja, das ist ein Blin! Kein Ding! Halt um, Alter! Halt um! Klar! Das war keine Claymore! Also Schatz, zu deinem Selbstschutz haben wir heute keinen Sex mehr, weil ich schreck dir das Ding sonst ab, glaub ich. Guck mal auf, ich muss gleich pennen. Das hört sich aber interessant an. Kommt da wieder! Zu deinem Selbstschutz! Da bin ich dabei! Boah, Alter, was ist das für einer? Du willst auch ohne Glied durchs Kleb ziehen? Ja, aber... Da ist ja schon recht, äh... Dann ist ja kein Mistglied mehr! Dann ist ja ein ohne Glied! Ah! Ohohohoho! Der war gut! Ja, fand ich auch so! Das war meine Vorlage! Ich werd morgen früh noch darüber lachen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Stirb! Stirb! Ich hab ihn! Sehr schön! Ich hab nur ungefähr ein ganzes Magazin drauf gehauen, aber ist egal! Papi, ich hab Gold! Oh mein Gott! 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 Ich will ne andere Waffe, die ist scheiße! Ich bin doch aufgestanden! Ich bin doch aufgestanden! Huah! Was ist denn denn Spasti? Letztes Grottetit! Wer ist denn Spasti? Puh, was ist denn? Wer ist denn Spasti? Na, ihr habt euch verraten! Oh, warum hab ich nicht verraten? Loin! Ah, ich bin jetzt raus! Alter, das war... Zwei Schuss! Krass! Na gut, das geht! Dann wünsche ich dir eine gute Dame! Mach's gut! Das geht! Das geht doch ruhig! Natürlich geht das! Sehen sie doch! What the fuck was that? Please! Alter, hier hat einer gelubt! Der hat gelubt! Was fällt hier ein, uns zu stören? Für Battlefield! Oh Mann! Das ist doch scheiße! Die schießen hier alle mit irgendwelchen Dingern, womit die gar nicht schießen dürfen! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Stimmt, die schießen alle nicht mit Gummi geschossen! Boah, dich hab ich noch mitgenommen! Ich dich aber auch! Damit kann ich leben! Aber der Sanit ist ihr Herzen! Aber ich bin wieder da! Oh Mann! Das ist meine Squad! Uuuu! Ich bin wieder da! Ich kann dem M2 noch mal rein! Ich muss kurz da bitte einer sagen, dass das nicht geht! Von wo kann das denn jetzt bitte? Was sind das denn alles für Render's im Gegner-Team? Ähm... Snipers... Da müssen wir auch mal Snipern! So! Snipers! Ach so... Das ist schon an einer eigenen Regel halt! Das ist eh...